ja hallo nochmals ich habe noch was kleines vergessen das blöd von mir ja hier das ganze jetzt mit der map zusammenfügt das müsste ja auch noch wissen dass du mich noch mal leid dass ich es vergessen habe der link für das andere video ist doch mal in der beschreibung wenn es noch mal gebraucht oder irgendwas für weitere fragen stehe auch bereit wenn das noch habt ja jetzt das ganze mit der euren map zusammenschliess geht so geht zu das program files 86 teams die mass commons und war hier mehr steam installiert habt wurde in euro tag an euro tag ihr habt eine base ja also diese zwei sachen die fügt jetzt einfach hier ein so da einfügen ich war ja das machen oder nicht dort war schnell backup von meiner map war auch das gar nicht so gut das doch ein kopieren also ihr nehmt jetzt einfach diese sachen das auto der automat das building model nicht die def nur diese zwei sachen die die rein so die bei mir relativ schnell jetzt geht doch in die dev world und wenn ihr das ist schon das zweite mal machen würdet oder so dann nimmt es oder wenn das erste mal ist nehmt ihr die da könnte auch gerade alles einfügen wenn es das erste mal macht wenn das zweite mal oder das dritte vierte fünfte sechste hundertste mal macht dann geht einfach hier die dev und dann habt ihr hier die dev ja auch schon also öffnet das oder könnte auch anders nicht weil man kann jetzt nicht doppelt auch machen also öffnet das da drüben was im motto streicht das alles an hier kopiert es gibt daraus hier ein so hier bei der 48 geht die hinten und klammer einmal auf enter drücken ganz hoch einfügen gut schweigen nächste also das hier so dass wir alles genau kopieren aus hier in die schien da wieder 28 10 und bei der unteren klammern enter auch so speichern ja das also wenn er das zweite mal weil er braucht wahrscheinlich nicht nur ein bilden und lehre wenn ihr das schon drin vorhanden habt ihr nicht mehr einfach alles einschieben weil sonst geht das einfach nicht sonst gibt es ein riesen chaos das ganze abstürzen also einfach nur diese das kopieren oder wenn dann aber diese hat nicht die bildung morgen noch nicht drin ist einfach die nehmen aber ein zweites mal werden ja drin ja das spiel zum schauen ob sie damit drin wäre in anführungszeichen so ich habe das ganze jetzt schon gestoppt gehackt schliessen vom ersten tutorial wir haben jetzt halt part 1 part 2 geben das ist auch 2 das wird aber auch ziemlich gleich abgeladen so die rein jetzt müsst ihr auch schon drin sein hier nach unserem etwa eine blöde du müsst ihr das ganze sehr kein blöder fällen von mir so das ganze ist dann zum archiv das ganze so da sind ja noch wenn man mit preis der spain ist spanien das kannte löschen aber nicht der papierkorb löschen wo einfach mal dass es weg ist jetzt sollte wieder nur eure märkte drin sein dann wird auch den eurotag starten so die angeben das könnte auch die mitnahme als bei ja wenn das nicht funktionieren sollte könnte dafür noch dann da gehen ja also jetzt gehen wir auf die tasse 3 und e sehen hier schon der zahn sich erfolgt der in das bild auch wenn das bild nicht drin ist etwas schief gelaufen kann den normal ziehen so ist doch echt noch toll aus sagen hätte es nicht erwartet gehört jetzt bei mir nicht dahin weil das ist nicht realistisch das passt einfach nicht ja ja was ihr vielleicht auch mal noch wissen sollte wie man eine hintergrundkarte einfügt dass sie da einigermaßen realistisch nach mappen könnt nach habs und google maps geklaut 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 kann man auch nicht sagen ist ja legal das ja dass er sich da die straßen schön nach fahren oder gehen könnt weil einfach so vom kopf ist das einig schwierig und ja also das wisst ihr auch noch wie man das in den appetit oder in eure map einstieg das wollte ich auch noch mal gezeigt haben weil das ist gar nicht so einfach oder kann auch mal schnell zu fehlen gehen dass das ganze schluss abstürzt ja dann möchte ich mich schon wieder verabschieden dann bis zum nächsten mal dabei